Herzlich Willkommen zur 65. Folge des Mana-Einzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Mana-Einzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute einen Gast dabei und darauf freue ich mich sehr. Und zwar Freddy vom Commander Kompass. Hallo! Hallo! Ja, das ist auch was. War das gerade eher Anspielung auf mich und das ist dein Standardintro? Das ist tatsächlich mein Standardintro und ich weiß, das ist relativ ehrlich. Der Anfang, herzlich willkommen. Ich meine, es ist doch schön, wenn man die Leute erstmal herzlich willkommen heißt. Das lädt immer einen auch erstmal. Ich finde es immer schön, so eine freundliche Anfangsatmosphäre. Dann gehen wir gleich in die Startphase. Und die Zuhörer vom Mana-Einzug-Podcast kennen schon, wenn ich einen neuen Gast dabei habe, möchte ich einen noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen, Freddy, wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber noch nicht so gut, dass ich nicht noch ein paar Fragen an dich hätte. Deswegen, ja, Freddy, was machst du eigentlich so beruflich? Wo kommst du her? Und ja, generell, wie läuft es? Ja, gut, ich komme aber zwischen zwei Welten, zwischen Franken und der Oberpfalz. Es ist ein ewiges Hin und Her. Ich habe in Bayreuth studiert. Ich spiele viel in Hoffen, tatsächlich beim Games Island, in Franken. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich fühle mich wie ein Oberpfälzer. Das ist meine Heimat, aber ja, ich bin ja hin und her gerissen zwischen zwei Welten. So ist auch mal eine Arbeit tatsächlich. Denn ich habe ein kleines Unternehmen auf der einen Seite, um ein bisschen, ich sage mal, das Pocket-Money zu machen, um mir sowas im Magic leisten zu können, wo ich hauptsächlich Video-Audio schneide für ein paar Werbeagenturen. Und eigentlich, um meine Miete und sonstiges zu bezahlen, naja, da bin ich Metzger. Oh, sehr cool. Also so ein richtiger Metzger-Laden, wo du dann den Leuten dann auch das machst, oder? Ja, genau. Es war nur auf 20 Stunden, weil halt beides zusammen. Aber das ist ja dann, ich glaube, das machen ja mittlerweile mehrere Leute, dass sie halt so einen kleinen Job haben, der halt alles covert und dann das, was sie eigentlich machen wollen, auf eigene Faust dann so machen können. Ist ja jetzt halt auch nichts mehr super Ungewöhnliches tatsächlich im kreativen Bereich. Das stimmt, ja. Wie ist denn dein Plan auf lange Sicht? Hast du dann vor, auf lange Sicht dann eher dein zweites Standbein auszubauen und das vollständig als Vollzeit zu machen, oder? Ja, ich hätte schon ganz gern, ich hätte schon Lust darauf, das Standbein auszubauen, aber ich würde lieber tatsächlich einen neuen Job suchen, der das Zeug mehr vereint, weil komplett auf eigene Faust Privatunternehmer zu sein, ist doch nochmal ein bisschen härter. Das stimmt, ja. Da gehört viel dazu, was die Leute meistens nicht wissen. Das Geld, was reinkommt, ist halt in der Regel brutto. Das heißt, man darf da meistens so ungefähr die Hälfte abziehen von dem, was reinkommt. Absolut. Und dann muss das ja auch die Miete zahlen. Und was natürlich nicht zu vergessen ist, der ganze Papierkram, das Ganze, was man dann... Und in die Rente einzahlen und die Versicherungen selbst zahlen. Jawohl. Das wird schnell unangenehm, aber ich finde es echt cool, dass du da schon so verschiedene... Was machst du denn? Quasi hauptsächlich Audio und oder machst du auch Videosachen für Agenturen, ist das? Tatsächlich Audio-Mastering das meiste. Also, mir werden sehr oft Stücke geschickt mit verschiedenen Angaben und ich soll sie halt mit editieren oder halt vor allem das Mastering ist eigentlich das Hauptding, was ich mache. Mache ich davon. Und ein paar so Soundeffekte einspielen, wenn sie es wollen und ja, hab da ein bisschen was. Sehr cool. Das erklärt jetzt auch für mich tatsächlich deine Angebote bezüglich, wenn ich Probleme mit dem Audio habe, weil ich habe... Weil eventuell mache ich das so noch ein bisschen. Ja, weil wir hatten uns auf der CommandCon für zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Da haben wir auch ein cooles Commander-Content-Creator-Battle gemacht, was ich bis heute noch nicht geschafft habe zu schneiden, leider. Es kommt irgendwann, aber ich brauche Zeit. Genau, und da hattest du schon davon erzählt und ich dachte mir so, ja, klar, ich habe einen Podcast, da wirst du schon Erfahrungen haben, aber mir war nicht bewusst, dass du das schon so als kleines zweites Standbein machst. Das ist ja echt eine sehr coole Sache, ja. Das ist Hauptproblem, weswegen ich wenig Video mache, ist tatsächlich nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil... Ich sage mal so, das ist so eine Sache, wo vielleicht das Imposter-Syndrom einfach so durchschaut, weil ich kann es einigermaßen durch eben mein Studium als Medienwissenschaftler, ich habe da auch viele Videos geschnitten, ich habe da einen Abschlussfilm gemacht, aber da muss man halt sagen, ich bin nicht unbedingt selbst mit den meisten zufrieden und ich haue zu viel Zeit rein. Also ich fühle mich zu langsam, um das tatsächlich professionell anbieten zu können, im Video-Editing-Weil. Das kenne ich sehr gut, also vor allem die Erfahrung, ich mache ja quasi diese Videosachen alles alleine und ich merke halt immer wieder mal, dass ich dann immer so ein neues Level mal erreiche und dann meinte, okay, jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich mir nicht zu viel vornehme, weil sobald irgendwas Spezielles mit reinkommt, ist eine Stunde nichts, also kann man eine Stunde schnell reinbuttern und es ist noch nichts passiert, aber nicht viel. Deswegen kann ich das ziemlich gut verstehen. Jetzt würde mich interessieren, du bist ja vom Commander Kompass, ich würde sagen, der größte deutsche Commander-Podcast, den es gibt oder zumindest eine der größten, ich weiß nicht genau, aber ich vermute mal schon der größte. Es ist halt die Frage, weil wir sind glaube ich die Größten auf Spotify, aber nicht die Größten auf YouTube. Okay, dann sagen wir auf jeden Fall einer der Größten und der Größte auf Spotify und da würde mich interessieren, wie bist du eigentlich zu dem Podcast gekommen? Hast du schon vorher Erfahrungen mit dem Podcast gemacht oder kam das dann erst mit Commander Kompass? Commander Kompass ist tatsächlich das erste Podcast-Projekt, was ich länger gemacht habe. oder natürlich macht man halt im Medienwissenschaftsstudium hier und da mal einen Podcast, weil hey, irgendwie will man sich sehr einfach machen mit der Note, man muss ein paar Jingles schreiben, Podcast machen, hey, das ist ein bisschen weniger Aufwand, als da da so andere Medienprojekte einzureichen, aber tatsächlich kam das mit dem Podcast vom Fritz. Fritz hat ja auch diesen Podcast hier gestartet, den Commander Kompass und er hat mich gefragt, hey, du kennst dich doch ein bisschen damit aus, kannst du mir ein Mikrofon empfehlen für das und das Budget? Ich habe ihm dann Optionen gegeben und dann ist da Maurice Weber irgendwann abgesprungen, weil dann hat es ja angefangen bei ihm mit seinen Influencer-Zeug, dass das nochmal ziemlich groß wurde und hat dann einen anderen Fokus gehabt und er wollte halt trotzdem das machen und ich habe gesagt, hey, ja, ich bin gern, also ich kann für euch nicht nur das Zeug editen, was ich angeboten habe, ich kann euch Host machen, ich will bloß mindestens 20 Folgen haben, quasi, dass ihr mir das verspricht, dass ein Podcast wieder nach vier Folgen endet, wie es meistens tatsächlich so ist, statistisch gesehen und ich wollte, weil wenn ich da schon Zeit reinstecke, dann will ich das auch und ich glaube, nach 160 Folgen fast haben wir es erreicht, dass wir über die 20 sind. Ja, so minimal auf jeden Fall, schon mal sehr, sehr krass. Minimal, so um den Dreh, ja. Ich finde das eine Megaleistung, ich finde das sehr, sehr, ja, ein Vorbild quasi auch für mich so ein bisschen und du hast gemeint, ja, du hast schon vorher ein paar Projekte gemacht, Podcast, war das dann quasi im Rahmen des Studiums oder war das dann auch schon Sachen, die gelaufen sind, drei, vier Folgen, wie du sagst und danach dann? Im Rahmen, im Rahmen des Studiums ist meiste, wir haben einen Podcast, doch so einen Film-Podcast tatsächlich damals gestartet, aber ich verschweige ihn und der Name soll nicht genannt werden. Das waren die Growing Pains quasi. Krass, ja. Was wir halt auch noch gemacht haben und das war zwar im Rahmen des Studiums, was aber ziemlich cool war, ist das wissenschaftliche Let's Play von der Uni Bayreuth, haben wir weitergemacht. Okay. Wo wir quasi hinter den Kulissen waren und dann so ein Live-Event immer gehabt haben in so einer Halle oder in so einem kleinen Club quasi und wir haben Gäste, also Profis dazu eingeladen zu einem Spiel, also quasi, wenn es zum Beispiel um, es wird Senua Sacrifice, als wäre es Hellblade gespielt, da waren dann meine zwei Professoren von uns, ein Geschichtsprofessor und ein Medienwissenschaftsprofessor on stage und die haben dann noch einen Psychologen da gehabt, der dann, hey, hier ist wie Depressionen oder Schizophrenie dargestellt wird in dem Spiel und dann werden dazu extra Dinge gesagt und das war tatsächlich ein sehr cooles Projekt, auf das ich noch sehr stolz war während den Studienzeiten. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an, wenn es da irgendwas gibt, muss man im Nachhinein mal schicken, das würde mich auch mal interessieren. Ich hatte auch eine kleine Erfahrung gehabt mit Podcasts, haben wir drei Folgen gemacht, vielleicht ist es dann diese drei, vier Folgen, die er macht, dass man wieder aufhört. Das war mit meiner Band, also es war noch so ein Nebending, weil alle waren Corona, hatten irgendwie Zeiten, dann haben wir das halt mal ausprobiert. Ja. Gefühlt bei 90 Prozent der Podcasts heutzutage. Ja. Was ja nicht schlimm ist, ich meine, es ist was Kreatives, ich finde es ja eine schöne Sache, ich finde das Medium auch super. Jetzt würde mich interessieren, jetzt hat Commander Kompass macht ja quasi über Magic und Commander den ganzen Content, sag ich mal, und es würde mich interessieren, seit wann spielst du eigentlich Magic und wann hast du eigentlich mit Commander angefangen? Es gibt drei Antworten auf die Frage, die alle korrekt sind. Seit wann spiele ich Magic? Technisch gesehen, seit der ersten Klasse. Ui. Okay. Mein Leben lang habe ich schon Kartenspiele immer begleitet bloß und was halt meine Brüder gespielt haben, war Magic, irgendwann habe ich dann auch Karten bekommen und habe halt mit meinen Kumpels auf dem Pausenhof ein bisschen Magic gespielt, aber dann kam halt Yu-Gi-Oh! auf und dann sind wir alle zu Yu-Gi-Oh! gewechselt. Ich habe beides gespielt irgendwie, weil ich halt noch tatsächlich mit jemandem befreundet war, der ein bisschen älter war, so zwölf Jahre, 13 Jahre, ist ein kleines Dorf gewesen und sein Bruder hat halt extrem wie Magic gespielt und dann habe ich halt so über Ecken beides irgendwie gespielt, aber halt, wie man es halt als Kind macht, das, was man hat zum Zednet-Extrem. Dann, als Karns of Takir rausgekommen ist, habe ich mich nochmal extrem für das Spiel interessiert, daraus, weil ich diese Duel of the Planeswalker-Spiele gespielt habe, die es damals gab. Und da habe ich dann tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich spiele Magic. Also ich habe mich intensiv mit den Karten befasst. Ich war das erste Mal auf dem Turnier. Ich habe das erste Mal ein richtiges Constructed Deck gehabt für Standard, das war Azorius Heroic zu der Zeit und man könnte sagen, seitdem spiele ich Magic, aber dann kam noch mal so eine große Pause, wo ich Yu-Gi-Oh! gespielt habe. Und das ziemlich viel, weil viel mehr Leute in meiner Nähe dann auch Yu-Gi-Oh! immer noch gespielt haben und auch mein kleiner Bruder tatsächlich. Und es ist halt sehr viel einfacher, ins Nebenzimmer zu gehen und zu fragen, hey, hast du Bock zu zocken? Das stimmt, ja. Es macht viel aus, ja. Genau. Und dann, während dem Studium, habe ich gleich quasi an den ersten Tag oder so, habe ich mir gedacht, hey, ich gehe jetzt halt einfach mal da zum, ich schaue mal Local LGS, was da ist, sind da Gruppen. Und ich bin einfach zu den Draft gegangen. Und seitdem spiele ich auch aktiv Magic quasi, seit 2016. Oder, ich glaube, es war nämlich Battlebound Pre-Release, war nämlich dann kurz darauf. Kann sein, ja. Oder war das 2017? Ich bin gerade nicht sicher. Ich habe auch noch nicht gespielt, ich habe 2018 angefangen. Okay, aber wie immer, Battlebound Pre-Release war dann die Woche darauf und da habe ich dann Fritz kennengelernt. Und habe Fritz direkt gefragt, hey, wir wissen es eigentlich mit Commander, ich kenne das jetzt halt so ein bisschen vom Hörensagen, ich kenne den, ich weiß, dass es ein Multiplayer-Format ist, eigentlich ziemlich cool aussieht. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Und dann habe ich halt direkt quasi mein erstes Commander-Deck zwei Wochen später drauf gehabt, nachdem ich wieder angefangen habe. Und so hast du dann Fritz kennengelernt und dann kam irgendwann dann die Connection zu dem Commander-Kompass, wenn ich es richtig verbinde. Genau, also Fritz war tatsächlich einer der ersten Leute, mit denen ich überhaupt gespielt habe. Oh, das ist ja ein großer Zufall eigentlich, aber finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, also erstmal vielen lieben Dank für das Intro so ein bisschen, dich besser kennenzulernen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du so erzählt hast. Wir gehen jetzt weiter ein bisschen. Ich habe euch eine Umfrage mitgebracht, passend zum Thema. Und zwar habe ich die Frage gestellt, haben bei euch schon mal Commander-Decks nicht funktioniert? Wenn ja, was ist schiefgelaufen? Und wenn nicht, was ist euer Geheimnis? Und es gab eigentlich so viele Stimmen, aber 30 Prozent haben gesagt, das Deck hat nie gemacht, was es soll. Das ist ein Punkt, der mal passieren kann. Also das ist mir auch nicht unbekannt, sagen wir es mal so. 23 Prozent sagen, das Play-Pattern hat mir keinen Spaß gemacht. Kann ich auch gut verstehen. Dann 11 Prozent, das Deck war zu kompliziert. Das kann natürlich auch passieren. Und 27 Prozent haben gesagt, das Meta meiner Spielgruppe ist zu gut gegen das Deck. Also wenn man sich irgendwelche Decks baut, die vielleicht einfach Pech haben generell. Und 9 Prozent lügen. Ich sage, meine Decks funktionieren immer. Ja. Das ist, habe ich mir schon gedacht, dass vor allem die meisten Leute irgendein Problem gehabt haben, weil es trifft einfach auf. Also dieses, meine Decks funktionieren immer, sind die Leute, die nur Pre-Cons spielen. Oder. Und sich eine Ausrede haben. Oder Pub-Stomper. Ich spiele Pre-Cons. Ich habe hier mein schönes Dämonic Consultation Tassas Oracle Deck am Start. Oder Leute, die noch, oder Leute, die neu sind in Magic und noch nicht so viel Erfahrung haben und halt Glück hatten mit den ersten drei Decks. Ja, genau. Das kann natürlich auch passieren. Aber die 9 Prozent, es wird auf euch zukommen. Bereitet euch davor. Statistisch gesehen, habt ihr eins von vier Spielen, was ihr nur gewinnt, dann habt ihr einfach Glück gehabt, die ersten vier Spiele. Ja. Sehr, sehr spannend. Genau. Es gab aber auch Kommentare dazu, da wollen wir auch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar hat Christian Olicen geschrieben, ich speziell habe ein anderes Problem. Habe einige Decks, die nicht funktionieren, aber nur, weil ich zum Beispiel nicht die optimale Wahl nutze, sondern eher dann den Flavor bevorzuge. Spiele die Decks dann aber zum Beispiel zu verschiedenen Anlässen in verschiedenen Gruppen und dann gibt es eigentlich kein Nicht-Funktionieren. Oder ein weiteres Problem ist, dass Good-Choices in anderen Decks drin sind und ich zu faul bin, die umzusleeven. Fühlst du diese Antwort, Freddy? Nee, das macht auch komplett Sinn. Also tatsächlich, wenn ein Deck nicht funktioniert, ist es oftmals nett, weil es die optimalen Choices fehlen. Weil ich sage mal so, je nachdem welcher Slot das ist, ist auch die dritt, viert, fünft beste Removal-Option in weiß immer noch besser als alles, was Groth hat. Das stimmt. Muss man halt sagen. Also meistens, wenn es dann nicht so funktioniert, dann hat es einen Grund, dass ein paar Basics fehlen. Also meiner Erfahrung nach. Zum Beispiel, hey, aber als Flavorgründen möchte ich, dass alle meine Removal-Pieces zerstören. Nur zerstören. Oder alle meine Removal-Pieces zurückschaffen. Es ist nicht so, dass ein Removal ist gleich als andere. Euch fehlt dann einfach was mit uns Störbarkeit. Nicht jedes Removal ist gleich gemacht. Deswegen zahlt man eben einen Premium-Preis für den Chaos Warp in Rot. Was ja zurückschaffelt. Und nur weil man halt Synergien hat, zum Beispiel viel Protection from Red. Und dann möchte ich halt nur Boardwipes spielen in Rot, die Schaden machen. Und auf einmal pumpt der Gegner was, was über den Schaden kommt und ich kann nichts mehr machen. Also man hat halt Opportunitätskosten und auch wenn man halt oft kategorisch vorgeht, ist tatsächlich oftmals der drittbeste Removal sogar der bessere, weil er eben ins Exil schickt. Weil er eben was anderes macht. Und man kann beides tatsächlich sehr gut vereinen. Aber da braucht man auch den Kartenpool-Knowledge dafür. Also das ist auch was, wo man auch ganz ehrlich wissen muss, hey, nach was muss ich suchen? Und Flavor. Es ist mal so, ich habe gegen einen Brushwag-Deck gespielt. Ein Kumpel von mir hatte ein Brushwag-Deck, falls ihr kennt, was das ist. Es war ein extrem brutal starkes Deck. Mhm. Weil es einfach so solide aufgebaut ist, dass die WinCon einfach ein weirdes Viech, das er pumpen kann, für Ewig wie Mara sein konnte. Ja, das war erlaubt. Ja, das stimmt. Ich gebe dir recht. Also es gibt, ich habe auch manchmal diese Flavor-Geschichten, diese Flavor-Sachen, die sagen, ja, ich will eigentlich irgendwas, was irgendwie besser thematisch ins Deck passt und verzichte da manchmal vielleicht auf die stärkere Karte, weil ich weiß, es passt halt wenigstens gut ins Deck rein. Also ich meine, Beispiel, ich habe ein Auren-Deck, ein Celestia-Auren-Deck und habe da keinen einzigen Artefakt-Stein drin. Ich habe nur Mana drin, die über Auren die Länder tappen und extra Mana erzeugen können. Das ist dann trotzdem nicht schlecht, aber natürlich, wenn Solring jemand anderes spielt, der hat natürlich einen anderen Power-Boost, als wenn ich dann Wild Growth spiele. Heißt das Wild Growth? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja. Ja, gibt es auch. Das ist halt Utopia-Spawn auch. Bei YouTuber-Spawn ist es schon einer der Besten, würde ich sagen, von den Karten. Ja, ich höre doch Wild Growth als einer der Besten. Es ist ein Mana-Ram. Genau, genau, die sind schon ziemlich gut, das stimmt, ja. Aber Karametras Favor. Ja. Sowas in der Art, genau. Jo, und als nächsten Kommentar hatten wir von Trashmouse. Oft war bei mir die Mana-Base zu clanky oder das Deck zu sehr abhängig, dass der Commander auch mit Spiele ist, sodass gegnerisches Removal gleich das komplette Deck aufhält. Daher bin ich inzwischen übervorsichtig und packe bei solchen Decks so viele Protection-Spells rein, wie es nur geht. Das mit der Mana-Base haben wir schon angesprochen. Dann mit Protection ist ein guter Punkt. Das wird manchmal ein bisschen zu wenig gemacht, habe ich das Gefühl. Das kann natürlich heißen, dass man in Blau die Counter-Spells als Protection nutzt, zum Beispiel, oder halt eben in Weiß-Grün oder anderen Farben irgendwelche anderen Zauberfind. Oder vielleicht sowas wie Swiftfoot-Boots, was einfach halt Protection ist. Ich würde nicht mal, also es kommt aufs Deck drauf an, aber ja, Protection wird oft klein geschrieben. Vor allem, Protection muss nicht was Defensives sein. Ja. Ich habe es vorhin angesprochen, aber wenn ihr ein rotes Deck seid oder ein Boros-Deck, dann haut euch vielleicht auch mal eine Karte rein, die einfach euer Board unzerstörbar macht. Nicht unbedingt, weil, oh, es ist halt ein schönes, weil das ist wohl ein Schutzstück, aber wenn ihr mal einen, was nehmen wir, Unbreakable Formation spielt, gebt euer ganzes Board in eure Mainphase 1, plus 1, plus 1, Vigilance und Indestructible und dann zündet ein Damage-Based-Board-Wipe hinterher. Jo. Das Team ist act und jetzt können wir durch. Auf der anderen Seite, wenn jemand halt einen Wrath of God spielt, du hast immer noch deine Unbreakable Formation. Das stimmt. Es ist jetzt halt nicht die beste Art, tatsächlich Schutz zu geben oder ist covered nicht alles, aber ich glaube, einer der großen Gründe, es muss kein Kompromiss sein, dass Protection Power nimmt. Es gibt gewisse Synergien, die sogar Protection halt offensiv machen und nach sowas sollten wir vielleicht eher Ausschau halten. Vor allem, wenn du eine langsamere Mana-Base hast, weil den Play, den ich gerade gesagt habe, Unbreakable Formation in einem Blasphemous Act, lässt dein eigenes Board leben, tötet wahrscheinlich jedes andere Board und es kostet nur 4 Mana insgesamt oder 5, wenn halt nur 8 Kreaturen liegen. Ja. Das ist was, was durchaus in eine langsame Mana-Base reinpasst. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Also da kann man auf jeden Fall einiges machen und das ist ein Prozess, den man halt durchmacht, aber darauf gehen wir noch später noch genauer ein. Dann hatte noch ein letzter Kommentar der Mike geschrieben, mein Werwicktes Deck hat lange nicht funktioniert, weil ich zu lange braucht, um ihn auf das Spielfeld zu bekommen und er dann sofort alle Removals Spells gefressen hat. Dann nach einem großen Umbau ging es viel besser, da ich jetzt mehr habe, um ihn zu beschützen. Das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, was wir gerade schon angesprochen haben. Das ist dann halt mehr Beschützungszauber reinpacken, sich mehr Gedanken darüber machen, wann ist die kritische Phase meines Decks, wo muss ich dann aufpassen, dass ich das irgendwie erschützen kann. Und jetzt gehen wir in die Hauptphase und ich habe tatsächlich, haben wir uns beide mal so ein bisschen überlegt, weil ich war ja schon bei euch im Podcast zu Gast gewesen. Und da haben wir über Decks gesprochen, die besonders speziell oder beziehungsweise halt spezielle Strategien haben oder ein bisschen nischiger sind, aber halt cooler. Und ich hatte dann dir geschrieben, mir ist noch eins eingefallen, das habe ich ja wieder auseinandergenommen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und so sind wir auf das Thema gekommen. Und zwar Decks, die bei uns nicht funktioniert haben. Und ja, da würde ich den Vortritt lassen, Freddy. Was ist denn dein erstes Deck? Allela Artful Provocateur ist der Erste, der mir einfällt. Das war sofort das Musterkind. Allela ist ja eine eigentlich sehr coole Karte. Sie ist 1 und Esper Farben. Ja, ist 2, 3. Fairy hat fliegend Death Touch, Lifeling. Andere Kreaturen mit fliegen bekommen, plus 1, plus 0. Und immer wenn du einen Artefakt oder Enchantment castest, machst du eine 1-1 Fairy mit fliegend. Wow, die macht doch so viel. Wieso fällt Allela auseinander? Wieso fällt Allela bei vielen Leuten auseinander? Ja, ich habe es als Sargas-Deck gebaut. Die Idee ist halt, Sargas kann ich halt casten. Ich mache halt Feen daraus. Und Sargas sind was relativ Defensives. Allela macht es in was Offensiveres rein, weil hey, ich mache die ganze Zeit Feen. Und hinten bekomme ich Bonuseffekte durch meine Sagen. Gleichzeitig gibt es eine ziemlich insane Kombo, mit der du alle Sagen immer und immer und immer wieder reviven kannst. Also sowas wie Dance of the Mans. Und dann holst du alle zurück. Und dann ist da nämlich Rarys Conjecture drin, die als Fähigkeit hat, hey, du kannst eine Sorcery von deinem Friedhof auf die Hand nehmen. Also hast du dann wieder deinen Mastery Animator für alle Sagen wieder da. Und dann opferst du sie wieder alle und dann reanimierst du sie wieder alle. Und dann opferst du sie wieder alle und dann reanimierst du sie wieder alle. Endless Value! Das Deck konnte kein Spiel gewinnen. Okay. Ich habe... Es ist... Das Problem an Allela war in dem Fall, dass erstens Wording wichtig ist, als mit diesen... Du musst die Spells casten. Oh ja. Aber dein Commander kann nicht deine... oder kann keine exklusive WinCon sein. Weil egal wie viel... ähm... weil es... egal wie viel Value du generierst, werden sich drei Leute gegen einen verbünden. Vor allem mit sowas wie halt Sargas. Ähm... und Masri animieren. Ich habe 25 Karten in der Hand gehabt und konnte zwei, drei Dinge counterspellen vielleicht. Mhm. Und äh... gleichzeitig war die Uhr, die Allela geboten hat, gar nicht so stark wie gehofft. Also äh... ich habe auf dem... ich habe sehr auf den Commander gehofft, dass er mir einen Gameplan enabled. Aber dann habe ich das Problem gehabt, ich habe es versucht umzubauen. Mhm. Und dann ist eine neue... äh... weil mir hat ja quasi die WinCon gefehlt und ich wollte ja auch keine Instant-WinCon. Ich wollte keinen Fastest Oracle Consultation Combo spielen oder so. Weil so gewinnt man normalerweise mit 25 Karten in der Hand. Ähm... äh... also wollte ich halt auf Overrun setzen oder auf ähm... andere, äh... Wege massiv Schaden durchzurücken. Und auf einmal ging meine Engine mit den Sargen nicht mehr. Okay. Weil ich zu viele Stücke ausgetauscht habe, damit das irgendwie fließend funktioniert. Okay. Und das war die ganze Zeit dieses Push and Pull von, ich möchte zu viel in einem... also ich möchte zu viel machen auf einmal. Ich will eine Enchantment-Strategie, ich will eine Saga-Strategie, ich will eine Reanimator-Strategie und es liest sich alles so gut auf dem Papier. Es funktioniert aber nicht, weil du immer Teile verkehrt ziehst. Okay. Also der Reanimator-Teil kommt, aber der Sargas-Teil ist noch nicht online. Der Sargas-Teil kommt, aber die Kreaturen sind noch nicht auf dem Board, die das machen. Und das war mein großes Problem bei Allela eben, äh... dass ich... dass ich kein Gameplay hinbekommen hat, beziehungsweise, dass es Out-Combo war. Und ich wollte das Out nie nehmen, dass es funktioniert. Ja, verstehe ich. Ja, das ist... wow, das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich hätte jetzt auch sagen, überhaupt nicht mit dem Commander irgendwie verbunden. Ich hätte da irgendwie gedacht, okay, da haut man jetzt irgendwelche, viele ganz günstige Manner-Steine rein und versucht dann da irgendwie sehr schnell sehr, sehr viel Karten zu ziehen und alles. Aber ja, das ist, ähm... das passiert einfach. Ich hatte einen ähnlichen, also ich würde fast sagen, einen rückblickend ähnlichen Fall, wo ein Deck aber mir nicht funktioniert hat. Und zwar habe ich, äh, schon lange gesucht. Ich hatte, finde eigentlich, Sliver ist ein sehr cooler Type. Also Remazuri hatte aber nie ein Deck. Und ich hatte, ich hatte einen Kumpel, der hat ein fünffarbiges Remazuri-Deck gespielt. Und irgendwie fand ich das so, ja, irgendwie ist das nicht ganz so spannend. Irgendwie fühlt sich das jedes Mal so an. Es ist fast immer das Gleiche. Da gibt's ja diesen einen, der einen Tutor lässt, der Overlord, glaube ich, und der lässt einen einen Remazuri raussuchen. Genau. Und die Spiele haben sich irgendwie immer gleich angefühlt. Und du hast zugeschaut und hast so, okay, ich hätte zwar Bock auf den Type, aber irgendwie macht's keinen Spaß. Wenn ich zuschaue, ist es immer das Gleiche. Und dann habe ich einen interessanten Commander entdeckt aus Baldur's Gate. Und zwar Myrkul, ähm, Fürst der Knochen. Der kostet 4 und Absahn, also weiß, schwarz, grün. Das ist eine legendäre Kreatur. Gott hat 7,5. Und sagte, solange du halb so viele Lebenspunkte wie deinen Start-Lebenspunkt-Zahlen oder weniger hast, hat Myrkul, Fürst der Knochen, unsere Störbarkeit. Okay. Und immer, wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Karte ist, außer, dass er eine Verzauberung ist und alle anderen Kartentypen verliert. Meine Idee war, ich baue jetzt ein Absahn Sliver-Typel-Deck, Remasuri-Typel-Deck, und profitiere von, wenn Board-Vibes existieren, weil nämlich die ganzen Slivers sagen ja immer, wenn, also all deine Sliver, also die ganz Alten sagen, glaube ich, alle Remasuri und Sliver auf dem Tisch haben Fähigkeiten. Und die Neueren sagen halt immer nur, dass deine irgendwas haben. Das heißt aber, wenn die dann als, äh, ins Exil gehen und die Kreaturen auf dem Spielfeld liegen, habe ich diese ganzen Effekte noch. Das heißt, äh, Verzauberung wegzubekommen, ist dann wiederum nicht so einfach. Ähm, und ich hatte den, die Mana-Kosten von dem Commander erstmal massiv überschätzt, weil sieben Mana ist eigentlich schon der Bereich, wo man, äh, die, die großen, starken Sliver spielen möchte. Dann will man eigentlich weniger noch einen Nicht-Sliver spielen. Und, äh, hat sich herausgestellt, dass, äh, dass es gar nicht so gut war, weil sehr, sehr viele Removals, die gespielt werden, inzwischen ins Exil schicken. Und dann bringt dieser Effekt schon mal erstens mal nicht viel. Und zweitens mal, dadurch, dass ja keine Synergie vom Commander ausgeht, ja, war auch irgendwie oftmals dann so, ja, den Commander brauche ich gar nicht spielen, der bringt mir jetzt gerade nichts. Ähm, lieber spiele ich die zwei Sliver auf der Hand, die ich eben habe. Und ich habe den ein paar Mal gespielt und der ist einfach nicht ins Rollen gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, also die Idee war interessant und lustig, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, daraus ein, ja, so viel Synergie daraus zu machen, dass ich dachte, hey, ich kann damit zumindest ein Spiel gewinnen, beziehungsweise die passive Fähigkeit war auch nicht wirklich gut. Ich hatte dann schon so Karten drin wie Devoted Truitt, ne, also der sagt dann, äh, liegt eine Minus-1-Minus-1 Marker auf ihn drauf, in Tappi und für Tappen Grün. Wäre dann in dem Fall unendlich viel grünes Mana gewesen, aber ja, das war auch so ein Ding und Reanimator geht ja auch nicht, weil ich exiliere mit dem ja die Kreaturen, wenn sie in den Friedhof gehen würden. Das heißt, irgendwie war das dann so ein bisschen ein Non-Boat-Deck. Ja. Ja. Und ich glaube, das liegt auch, lag auch daran, ähm, ich kann es nur so sagen, äh, du spielst ein Board-basiertes Deck und einen Sieben-Mana-Commander als Payoff, der dir keinerlei Board hilft, keinerlei Board-Präsenz gibt, sogar, und dir nur hilft, wenn Board-Absenz ist. Also quasi, es ist ein super schwieriger Grad, mit Slivern irgendwas zu machen, was, äh, was fair ist bereits. Ja. Ja. Weil, ähm, Slivers sind halt quasi die Exponential-Funktion, äh, in Person. Jeder Sliver kommt da mit mehr rein, und das alles doppelt sich, und irgendwann bist du bei 610.000 Schaden. Ja, genau. Ja. Genau. Und, äh, ja, ein Commander, der halt, es ist eine coole Idee, aber das ist, wo man selbst in seinen eigenen Kopf kommen kann, wo von, ja, und dann funktioniert das, und dann funktioniert das, und man, man sagt es auch so, du versuchst, ein Regal zusammenzubauen, du planst alles, du lädst die Anleitung durch, und du hast vergessen, Schrauben zu kaufen. Super. Lustigerweise, ähm, hab ich auch für einen Kumpel damals, weil der mag auch Sliver unbedingt, den hab ich ein Deck zum, äh, gebaut, ein Sliver-Deck, das funktioniert hat, äh, mit drei Farben, es war Store-World-Frost-Giant- Jarl, der hat Ward 3, und er gibt anderen Kreaturen, die du kontrollierst, Ward 3. Fast wie ein Sliver. Stimmt. Er ist ein 7-7er, außerdem, wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, dann kannst du eine Kreatur in der 1-1 machen, oder zu 7-7. Und, äh, Slivers sind klein. Ja. Weißt du, was nicht klein ist? Ein 7-7-Sliver, der gebufft wird von von Store-World, der dann Double-Strike hat, wegen jemand anders, der dann noch fliegt, wegen Gale-Rider-Sliver, oder so, und auf einmal, bam, reinhaut. Ja, genau, das ist Honorary-Sliver, warte. Ja. Ne, hört sich ziemlich cool an, ich glaube, das muss ich mir dann im Nachkrieg auch nochmal genau anschauen. Vielleicht baue ich mir dann einen. Was für eine Farbkombination hat der nochmal? Äh, Band. Band, okay. Ja. Also du hast immer noch dein Zilestenjahr, du tauschst bloß schwarz gegen blau ein, was Jochen-approved wäre. Stimmt, das wäre Jochen-approved, du hast recht. Äh, ja. Dann lass doch mal den nächsten Deck hören, ob das Jochen-approved wäre. Ähm, es, also über den Allela war es nicht, äh, aber das nächste Deck, das mir, äh, tatsächlich da eingefallen ist, es ist Aniteka, weil jetzt bleiben wir mal bei Enchantress. Ich hab so ein Problem mit Enchantress. Äh, oder Anikthea, Hand of Erebos. Ähm, es ist ein Absahn-Commander, der jetzt erst rausgekommen ist, letztes Jahr mit den, äh, Commander, äh, Masters, Precons. Mhm. Und, es ist ein, äh, 4-4 Menace für 5 Mana, Absahn-Farben, andere Enchantments, die du kontrollierst, haben Menace, und, oder andere Enchantment-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Menace. Und immer, wenn sie halt das Spielfeld betritt oder angreift, dann darfst du eine Nicht-Aura aus deinem Friedhof entfernen und eine Kopie davon machen, außer, äh, aber es ist halt zusätzlich eine 3-3-schwarzer Zombie zu den anderen Typen und es ist so eine Friedhofs-Reanimator-Strategie und das finde ich super cool und ich hasse Enchantress. Ich hab's immer wieder versucht, ich liebe die Idee von Enchantress, aber es gibt keinen Enchantress-Deck mit dem Gameplay, wo ich jemals zufrieden bin, weil, mein, ich mag nicht gerne äh, Gameplay, wo eine Karte die nächste holt, die nächste holt und dann ich eine ewige Kaskade auslöse an, ähm, an Enchantress-Effekten, die, wie soll, wie sag ich das am besten, ähm, ich, wo ich mir einfach mit mir selbst spiele. Ja, das eskaliert dann, ja. Ich, ich zieh, es hört sich komisch an, äh, ich zieh jetzt so gerne Karten, was? Aber Enchantress ist halt, es ist halt so sehr die Identität, wortwörtlich, der Name Enchantress kommt nicht vom Enchantment, Typ, sondern von der Verudan Enchantress. Eine Kreatur, die dir Karten zieht, immer, wenn ein Enchantment auf den Völk kommt und dieses, ich mach eine Sache und werd dafür mit mehr Karten belohnt, die diese Sache sind, ist ein Gameplay, wo, was wahrscheinlich so tief in Magics Geschichte und Designhistorie drin ist, dass es eigentlich nicht möglich oder eigentlich viel zu schwer ist, das aus der Identität rauszubekommen, vor allem, wenn man Grün spielt. Und ich hab mich halt wieder in den gleichen Partie, ich hab versucht, ganz andere Decks zu bauen mit Anekthea und jedes Mal bin ich auf das gleiche gestoßen. Es fühlt sich doch gleich an. Ich kann das Deck ändern. Ich kann eine ganz neue Liste schreiben mit 99 anderen Karten, Basic Lens, aber und trotzdem, trotzdem spiel ich das gleiche Deck. Ich weiß nicht, ich kann die nicht unik machen und ich hab's einfach aufgegeben, deswegen. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich hab nämlich auch schon mehrmals rot Enchantress Decks gebaut. und ich hab aktuell eins, was ich sogar eigentlich mag, also was eigentlich ganz okay ist. Ich hab mir Danita, die neue von March of the Machine The Aftermath gebaut und die sagt, im Prinzip, man darf eine Aura pro Zug, äh, in seinem Zug darf man eine Aura oder ein Equipment aus dem Friedhof spielen. Und, ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, das ist eher ein Voltron-Deck, also ich glaub, diese kostet eins und Celestnia hat, glaub ich, 3-3, Wachsamkeit und Lifelink und Trampel, oder 2-2, glaub ich, und hat eben diese Fähigkeit, dass man aus dem Friedhof was machen kann. Ich hatte halt die, das Schöne, also warum ich lieber Equipment-Decks immer gebaut hab anstatt irgendwie Aurendecks, was Voltron ist, ist halt, die Equipments legen sich halt ab und du legst halt wieder anderen an den nächsten, das heißt, du hast ein bisschen Resistenz drin, sag ich mal, wenn du eine große Kreatur mit ganz vielen Augen dran hast und die ist weg, dann gehen alle Augen in den Friedhof. Und, ähm, natürlich hat das die ganzen Enchantresses drin, das heißt natürlich, man muss dann, also irgendwann hatte ich dann auch mal das gespielt und hab ich bei einem Verzauberungsspruch halt eben eben eine Karte ziehen können. Es gibt ja noch, manche, die sind noch ein bisschen blöder, in dem Sinne, dass sie quasi Konstellation haben mit Karten ziehen, da reicht's ja schon, wenn Kopien von Verzauberungen kommen, zieht man ja noch mehr Karten. Was mich jetzt zum Beispiel nicht so sehr stört, aber du hast recht, die Züge werden relativ lange, vor allem, wenn man mehrere Verzauberungen spielen möchte, dann sag ich, ach, ich zähle noch vier Karten, da muss man dann. Deswegen ist auch in dem Deck eines der wenigen, wo ich Reliquary Tower spiele, weil es da wirklich mal relevant ist, dass die Karten nicht unbedingt in Friedhof müssen und ich viele Karten ziehe. Aber ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hab auch mit, also immer das gleiche Problem, weil man will dann doch die Effekte spielen, weil, warum sollte man sie nicht spielen, ja? Genau, warum nicht? Und, äh, selbst Dammersnett spielt, irgendwie funktioniert es trotzdem so. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, fehlt einfach Support in Enchantress, was anderes zu machen? Also, generell. Das ist eine gute Frage. Ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, wie ich es anders bauen würde, weil es läuft immer darauf hinaus. Du willst natürlich nicht den Nachteil haben, die Karten nicht ziehen zu können, weil du dich dann selber beschränkst, weil das ist die beste Möglichkeit. Viele Karten zu ziehen, bringt einen meistens den Winde statistisch gesehen, wenn man die meisten Karten zieht am Tisch. Also, deswegen würde ich vermutlich sagen, nee, man müsste sich wahrscheinlich wirklich hart beschränken und selber irgendwie das Deck schlechter machen in dem Sinne. Aber, apropos Deck schlechter machen, ähm, ich hab auch noch ein Deck mit dabei, wir haben insgesamt jeweils drei, und zwar hab ich ein Deck, das hab ich erst vor kurzem auseinandergenommen, weil es mich dann doch genervt hat, und zwar Negan The Cold-Blooded. Ähm, der kostet zwei, rot, weiß und schwarz, ist eine legendäre Kreaturmensch, äh, hat vier, drei, und wenn ein Spielfeld kommt, tue ich und ein Gegner, den ich auswähle, geheim eine Kreatur von diesem Gegner eben auf den Zettel schreiben oder irgendwie anders notieren, und wenn beide es aufgeschrieben haben, decken wir es beide auf, und dann müssen die Kreaturen geopfert werden, im besten Fall natürlich zwei Kreaturen, weil man verschiedene auswählt, und das war eigentlich der Grund, warum ich den so cool fand, ich mag halt die Serie und so, und fand halt diese, diese Mindgames lustig einfach, ne, ähm, der nimmt natürlich auch meinen Commander, da nehme ich natürlich noch was anderes, und dann muss man immer überlegen, aber immer wenn ein Gegner, äh, eine Kreatur opfert, dann kriegt man selber einen Schatzspielstein. Und das ist ein Deck, was ich, äh, gleich als es gespoilert worden ist, schon im Kopf gebaut hatte, und das dann auch bauen wollte, und hat das sehr flavorful erst gebaut, also ich hatte am Anfang sehr viele Karten drin, die irgendwie nicht so moralisch schöne, äh, Entscheidungen treffen lassen müssen, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, ähm, man hat eine Verzauberung, und da muss man immer Länder opfern, und das geht ins nächste Land, oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war, also waren verschiedene drin, die ich alle nachher rausgenommen habe, weil das Deck einfach nichts gemacht hat, in dem Sinne, außer die Gegner richtig ans Bein zu pinkeln, und mich zum Staatsfeind Nummer eins zu erklären, weswegen ich meistens immer schnell rausgeflogen bin, und, ähm, das Blöde dabei ist, dass es nicht besser geworden ist, ich hab's dann wirklich versucht, ein bisschen zu verbessern, ein bisschen mehr Protection, ein bisschen mehr Flicker, damit man den, weil das ja ein Enter-the-Battlefield-Effekt ist, und so, ich hab's nur noch schlimmer gemacht, ich hab's nur noch schlimmer gemacht, und die Leute haben mich noch mehr gehasst, und ich hab's, äh, jetzt bis, vor kurzem dann auf die Spitze getrieben, ähm, ich hab letztes Jahr, Ende des letzten Jahres, den letzten Stream, den ich gemacht hab, den Universe-is-Beyond-Battle noch gemacht, mit anderen Creatern, und hab diesen Commander eben da gespielt, und da hab ich ja gemerkt, irgendwie, macht mir das nicht so viel Spaß, das Einzige, was der macht, ist immer alles Removen vom Gegner, und den Leuten ans Bein pinkeln, und in dem Spiel tatsächlich, äh, ja, hab ich viel zwar removing können, aber ich bin trotzdem dann rausgeflogen, und, das ist vielleicht so ein Punkt, ich hab das Deck versucht anzupassen, ich hab's versucht zu verbessern, zu verändern, und bin vom Flavor in die Verschlimmbesserungsfalle gefallen, und irgendwie hab ich dann keine Lust mehr gehabt, und hab's jetzt dann auseinandergenommen. ich mein, Maru Board Wipes ist ja so ein bisschen ein, äh, bekanntes Deck, sag ich ja mal, und effektiv hast du ja was Ähnliches gebaut, und, ähm, ja, es ist jetzt halt, äh, es ist jetzt halt nicht unbedingt was Verpöntes, aber man hat halt immer, man hat nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, einfach den ganzen Tisch gegen sich, weil, man so auf Wasser tritt gefühlt, oder, äh, wie ist's, ja noch, ja, genau, und, ich bin, einfach nicht, äh, also, ich verstehe das Problem insbesondere in dem Sinne, dass, äh, man einfach manchmal sagen muss, okay, ähm, gut, dass du es aufgelöst hast, aus eigenem Grund, und dass es mir nicht viel Spaß macht, aber es liegt vielleicht einfach daran, man baut mal ein Deck, man sieht die Idee, es ist cool, und es ist überhaupt nicht der Spielstil, den man mag, also, äh, das kann ja auch sehr leicht passieren, ich glaub, dass es vielen Leuten mit dem Coinflip Deck passiert, als das rauskam, also, äh, wie hieß das, ähm, es gab ja so einen Secret, äh, wie, Secret Lear Commander Deck, genau, Secret Lear Commander Deck, ja, genau, genau, und das war einfach, ähm, boah, es liest sich ja cool, weil es ist halt, Coin flippen, Coin flippen, und dann ist, spielt man das tatsächlich, und dann läuft es, und dann flippt man erst mal 5 Minuten Coins, bevor man angreifen kann, mit einem Instant Kill Commander, und 18 Karten in der Hand, und, oh, ich fling dann den Commander, der auf 50 ist, und jetzt sind wir im 1v1, und, hm, ich hab die ganze Protection, in der nächsten Runde passiert das gleiche wieder, und dann passiert das gleiche wieder, und dann passiert das gleiche wieder, ja, ja, also, bei dem Deck, bei dem Deck war es definitiv das Blade-Pattern, und ich hab dann Karten schon rausgenommen, wie Dictate of Erebors, die sagt, immer wenn eine Kreatur von dir stirbt, ich hätte auch noch Grave Pact reintun können, ähm, dass der Gegner, jeder Gegner einen opfern muss, und ich hab das halt schon ein paar Mal erlebt, dass ich die auch an meiner, also selber hatte, also mich stört das, lustigerweise, ich versteh nicht warum, stören mich diese Karten bei anderen nicht so sehr, wie wenn ich sie selber hab, aber wenn ich sie selber hab und seh dann, okay, keiner kann was machen, weil ich jetzt quasi diese Karte liegen hab, und ich könnte in ein Sack Outlet irgendwie Token reinopfern, und keiner hat sowieso keine Kreaturen, die spielt die, und sofort ist es wieder weg, irgendwie stört mich das bei mir selber mehr, als wenn ich es bei anderen seh, weil ich mir denk, okay, jetzt versuch ich noch eine Antwort zu suchen, oder, ähm, ich, ich, ich spiel erstmal keine Kreaturen, halt mich mal zurück, halt meine Removals, oder was auch immer, ähm, Instant Speed mal zurück, ähm, und das hab ich bei dem Deck halt vor allem gemerkt, und das, das ist so ein bisschen auch der Punkt, warum ich es auch aufgelöst hab, weil es irgendwie, ich hab auch diese Karte, wie gesagt, Dictate of Aeroboss rausgenommen, vor dem Stream, wir haben noch drüber gesprochen, haben diese ganzen, äh, Decklisten rumgeschickt, und ich hab gesagt, also eigentlich mag ich das Playpattern von der Karte auch nicht, dieses Repetitive immer wieder Removen können, ähm, ja, und dann hab ich es wahrscheinlich auch verschlimmbessert, weil das eigentlich eine gute Karte ist, und die wahrscheinlich sehr gut reinpassen, das Deck, aber ich hatte keinen Bock drauf, deswegen hab ich es jetzt aufgelöst, ja. Ja. Ähm, Dictate ist aber, glaub ich, auch so eine gute Karte, die kann, ich bin, ich bin überhaupt kein Freund von der, nett aus dem Grund, dass, oh, äh, sie so unfair, blablabla, ich find sie tatsächlich, ähm, hat sie einen sehr negativen Effekt aufs Spiel, und ich glaub auch sehr oft für den, für die Person, die das selbst spielt, weil der Fokus wird nie weg sein von der Dictate, der Gravepack kündigt sich wenigstens genug an, und dieses Haha-Gacha-Moment bringt halt alle Leute auf eine Seite gegen dich. Es ist manchmal, wo die schwächere, wo die schwächere Karte die bessere ist, genau weil sie schwächer ist, finde ich, äh, so ist, so ist es auch richtig. wobei an der Stelle Gravepack auch rausgeflogen ist, weil es einfach halt drei Schwarz braucht, und das dann dann meistens ein bisschen Pain in the Ass manchmal ist. Ja, genau, aber das ist doch, das ist doch genau, weswegen die drei soll. Wahrscheinlich wäre es genau der Punkt gewesen. Das ist doch genau der Punkt. Ähm, genau. Äh, was anderes, Karten, die einen vielleicht selbst nicht stören, oder bei mir ging es genau um was anderes. Ähm, ich mach mal meinen letzten Commander, den ich vorhin hab. Goro, Goro und Satoru. Äh, Grixis. Alles schwarze Commander heute. Ja. Also doch, Jochen hat recht einfach. Das sollte ein Battle Stack sein, tatsächlich. Ich lese mal kurz vor, was Goro und Satoru machen. Es ist, äh, vier Goblin Human. Du kannst eins und einen, äh, rot zahlen, und alle Kreaturen, die du, die du hast, bekommen hast. Und immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, die diese Runde im Spielfeld betreten haben, ähm, einen Gegner Combat Damage machen, dann machst du einen 5-5 Dragon mit fliegend. Hört sich das erste Mal ein bisschen komisch an, so, hey, äh, wieso wollte ich das unbedingt auf Battles bauen? Oder lag es vielleicht an was ähnliches wie Sagas, dass ich den Commander, äh, quasi, dass ich so einen weirden Typen nehmen wollte. Nee. Die Battles waren das, was gut funktioniert hat. Und auch die Idee dahinter, die Battles, weil die Idee dahinter war, hey, ich mach diesen 5-5 Drachen einmal, und der kann mir alle Battles flippen. Battles haben nicht mehr als 5 Leben. Und dann fang ich die ganze Zeit an, damit zu arbeiten und kann gleichzeitig, äh, hab ich fliege, große fliegende Kreaturen, die mir Ninjutsu fliegern können, die mir dann, Ding. Spielerisch hat's gut funktioniert. Es hatte ein paar, es hatte halt so ein Drachen-Subthema, weil ich glaub, anders werden Battles gerade schwer, weil die meisten Battles irgendwas mit Drachen zu tun haben, tatsächlich sowas wie, Invasion of Tarkir oder Amon Cat, weil du möchtest ja Dinge kopieren. Da kommen wir zum Problem. Mein Deck war relativ fair. Ich hab's relativ fair gespielt. So, Astrid Dragon hat halt ein paar coole Kombos auslösen können bei mir oder, äh, die Angriffe waren okay. Ähm, was hab ich gegen gegnerische Kopie-Klone gemacht? Meine Karte, wenn andere Leute mit meinen Karten spielten, haben, weil sie es geklont haben, weil sie es geklaut haben, es waren einen Haufen rote Flaggen. Das ist was, wo man eigentlich überhaupt nicht, erst mal überhaupt nicht auf dem Radar hat. Vor allem, so lange nachdem ich schon spiele, so letztlich sowas. Aber, haben mich meine eigenen Karten angekotzt in Decks, die nicht mein Deck waren. Okay, das ist cool. Genau. So, wenn jemand, eines der schlimmsten Spiele, die ich je hatte, hatte 19 Astrid Dragons während dem Spielverlauf. Okay? 19. Oh Mann. Klone haben dieses Deck ruiniert und es passiert halt einfach, wenn du jedes dritte Spiel gegen den Klon-Deck hast oder, weil viele Leute mögen ja ganz gern Klone und das einfach ist Spiel ruinieren, weil die Karten, die du für dieses Battles-Zeug hast zum Flippen so, äh, so darauf aufbauen, sind halt einfach, und es war halt nicht bei Karten, die schlimm waren, dagegen zu spielen. Aber sobald es in anderen Decks waren, waren sie einfach Hölle. Und wie ich das Deck gefixt habe, war halt, ich habe es aufgelöst. Dann, dann das Problem war halt einfach, fand ich einfach, äh, nicht fixbar, weil das Problem, weil das Problem war, ich wollte die Karten spielen. Das war einer der Gründe, weswegen ich das Deck gebaut habe, weswegen ich die Klone drin haben wollte. Ich wollte, ich habe die Battles gedacht, das ist ein cooles Subthema. Ich habe das nicht als Battles-Thema angefangen, es wurde zu dem Battles-Thema, weil es, weil ich die Idee dahinter cool fand, aber, meine Güte, wenn halt dann ein Sir Conrad draußen ist, ein Astral Dragon, und dann kann es einfach jeder kopieren und ich mache was Faires damit, die anderen Leute werden nichts Faires damit machen. Ja, Das ist auch so ein Grund, warum ich manche Kartentypen kaum spiele oder beziehungsweise Effekte, wie zum Beispiel Tag, Nacht oder vielleicht irgendwie, es muss ja nicht mal Initiative sein, es kann ja auch diese ganz normale, wie heißt das nochmal, aus den Adventures of the Forgotten Realms, wo du quasi einfach nur den einen Raum für dich selber hast. Ja. Weil, eigentlich musst du, wenn du solche Decks spielst, immer für jeden Spieler diese ganzen Sachen mitnehmen, weil es kann immer passieren, dass jemand sagt, hey, ich kopiere mir die auch. Genau. Toll. Ja, aber deswegen spiele ich auch die Under City, das Problem ist halt, ich mag White Plume Adventurer zu sehr, und deswegen, ich habe ja immer eine Tokenbox dabei, und da sind es, ich glaube, 20 Under City Karten oder so. Also für einen Brawl, wenn es so rum geht, mit 20 Leuten, würde es auch gehen. Ja. Und es ist nur wegen diesem blöden White Plume Adventurer, der ist einfach zu gut. Ja, deswegen ist er auch gebannt in Legacy. Ja, spannende Geschichte. Ich habe auch noch ein letztes Deck mitgenommen, was ich probiert hatte, und zwar, wie die Zuhörer von mir wissen, ich mag gerne Artisan als Subthema, was es nicht, oder Subformat, was es gar nicht gibt eigentlich, von Commander, wo man quasi nur Cummins und Uncummen spielt, aber die Bannliste ist die gleiche wie in Commander auch. Und ich wollte unbedingt Partner Commander bauen, und habe mir ein bisschen überlegt, was für Partner Commander könnte ich denn gut bauen, die irgendwie coole Sachen machen. Und da habe ich ein bisschen geschaut und bin bei Commander Legends dann auf diese Kombination gestoßen, Glacian und Tormod. Und ich lese mal kurz vor, was die können. Glacian, Kraftstein, Ingenieurkost 5 und Blau, und das ist wahrscheinlich das erste Problem, hat 3.6, eine legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, man kann ihn tappen und x ungetappte Artefakte tappen, die man selber kontrolliert. Und man darf sich die obersten x-Karten der Bibliothek anschauen und eine davon auf die Hand nehmen und den Rest auf den Friedhof legen. Dann Tormod, der Grabschänder, kostet 3 und schwarz, ist eine legendäre Kreatur, Zombie-Zauberer hat 4.2 und sagt immer, wenn eine oder mehrere Karten deinen Friedhof verlassen, erzeuge einen getappten 2.2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein. Ich wollte da ein Zombie-Typel-Deck in die Richtung bauen mit Artefakt-Unterstützung. Und abgesehen davon, wir hatten es ja vorhin schon gehabt, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzen möchte, kommt am Ende nur Schmarrn dabei raus, ist es halt auch für, selbst für Adesan, auch zu langsam einfach. Also man hat halt, der Tormod ist ein cooler Commander, den kann man wahrscheinlich mit einem anderen, günstigeren von dem Mana-Wert her Kommandieren. Ramirez DiPietro, der kann ja an der Luft angreifen und dann Karten aus der Friedhof direkt auf die Hand nehmen. Richtig, genau. Da hatte ich lustigerweise, habe ich es dann umgebaut, eben mit dem Commander, den du gerade genannt hast. Ich habe es dann irgendwann, weil ich habe nämlich dann, es hat mehrere Iterationen das Deck gehabt, aber ich habe es halt gegoldfischt, also ein bisschen auf dem Moxfield getestet und so und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie ich mache das Zug 7, gar nichts halt. Ich lege halt vielleicht ein bisschen Mana aus und dann kommt der erste Commander, dann kommt der zweite Commander und dann bin ich im Zug 6 oder 7, habe nichts gemacht einfach. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt mit dem Deck einfach nicht oder ich bin einfach nicht in der Lage, das gut zu bauen. Aber wie gesagt, diese Kombination aus Adefakten plus Zombies plus Friedhof, da habe ich einfach erst mal keine gute Synergie gefunden und habe das dann tatsächlich in diesen Ramiro de Pietro, ich weiß nicht genau, was der Name heißt, umgebaut. Der passt ja auch von der Synergie her auch ganz gut. Der kostet, glaube ich, auch ein Mana weniger. Der müsste, glaube ich, drei kosten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hatte dann schon besser funktioniert. Trotzdem war es dann doch irgendwie noch so, ich muss sehr, sehr viel Arbeit dafür machen, um das halt hinzubekommen, dass es gut funktioniert. Und das war dann wirklich so ein Ding, ich habe das, also ich habe es wirklich mehrmals online getestet, dann habe ich es auch mal in Person getestet und habe irgendwie gesagt, irgendwie läuft das nicht. Und wie gesagt, diese erste Iteration war halt der richtige Fail einfach. Ich habe dann wirklich in der Gesellschaft gesagt, ich mache halt einfach gar nichts einfach, weil wirklich, es braucht halt viel Setup und ich habe ja schon andere Decks, die viel Setup brauchen, aber das war dann auch ein neues Level und ich habe ja weniger Zugriff auf irgendwelche Karten, die mir dabei helfen können, weil es ist halt nur Kamen und Ankamen und viele gute Karten, die auch in Rare und Mythic sind, kann ich halt gar nicht nutzen. Ja, am Ende wurde das Ganze ein Araumi-Artisan-Deck, was relativ gut funktioniert tatsächlich sogar und es auch viel Spaß macht, das immer noch zusammengebaut ist. Eines der wenigen Artisanten, ich glaube, das einzige Artisan-Deck, was ich aktuell zusammengebaut habe, zusammengebaut gelassen habe, seit langer Zeit, sagen wir es mal so. Aber das ist halt so ein Thema einfach. Man versucht ein bisschen zu braunen, zu brunen, ich schaue mal Skryfall durch, zu braunen. Ich bin halt ein richtiger Fan. Manchmal ist für mich Skryfall durchschauen nach bestimmten Kartentypen oder bestimmten Effekten, so ein bisschen wie für andere Leute vielleicht in der Zeitung rumschmökern. Oh, was ist das für eine coole Karte, noch nie gesehen. Oh, die können gut passen und es hat einfach nicht funktioniert. Also, manchmal ist es einfach so. Genau. Und, ja, eine wichtige Sache ist eben mit Partner-Decks, weil du hast jetzt auf Araumi und dann bist du auf Ramirez-Di Pietro und dann hast du ja doch ein bisschen diesen Artefakt-Aspekt ein bisschen weiter liegen lassen. Ich glaube, einer der Hauptprobleme an Partner-Commandern, die Leute immer und immer und immer wieder tappen, ist, designiere einen Commander als Haupt-Commander bei Partnern. Es ist manchmal leider, es tut manchmal leider weh, weil Partner sollen doch cool damit funktionieren. Ich habe mal einen Torgo und Falsis-Deck gebaut. Du hast so einen Rakdos, das ist so eine Katze, die gibt Kommander und Death-Touch. Ach, stimmt, ja. Genau. Und Torgo macht Steine. Wenn du Artefakte spielst. Wenn du Lander spielst. Landfall, ne? Genau. Auf Landfall. Und die Steine sagen halt, hey, dein Commander macht einen Schaden, wenn du dieses Ding opferst. Und dann hast du halt giftige Steine gehabt. Falsis unterstützt Torgo. Es ist ein Torgo-Deck im Großen und Ganzen. Darauf basiert es. Auch wenn beide zusammen super wichtig sind, dass man halt eines designiert als tatsächliches Deck oder als tatsächliches Centerpiece ist, finde ich einfach immer was super Wichtiges. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich zwei Partner- Commander-Decks, die sehr gut funktioniert haben, die ich aber auch nicht mehr so viel spiele, aber die haben wirklich funktioniert. Und zwar Rograk. Das ist dieser Null-Mana, rote Commander, der 0-1, Trampel, Erstschlag und ich glaube, noch irgendwas hat Menes. Und Adenn. Das ist halt ein klassisches Sporos-Deck. Und Adenn kostet, glaube ich, zwei und Beiß, hat irgendwie 2-2 und sagt, man kann im Zubringen des Combats alle Equipments und Auras an eine Kreatur anlegen, was sehr gut funktioniert. Also wenn man dann so ein Colossus-Hemmer legen hat und dann Groka gespielt und dann Zug 3 halt schon mit 10 Commander-Schaden vorbeikommen kann, weil der Colossus-Hemmer kostet halt sehr viel zu Equipen, aber ist dann an der Stelle egal. Und ein anderes sehr, sehr gutes Deck und ich glaube, das kann auch ein C-E-D-H gespielt werden, ist, was ich überhaupt habe, Malcolm in Kiddis. Malcolm ist dieser Flieger, der sagt immer, wenn ein Pirat Schaden macht, wohlgemerkt Schaden, nicht Kampfschaden, kann man einen Treasure machen oder so, glaube ich. Oder wie war das noch? Nee, genau, Treasure, glaube ich. Und Kiddis ist einer, der kostet, glaube ich, zwei und wenn, sagt, wenn ein Commander Kampfschaden macht, dann macht er so viel den anderen Gegnern auch. Das heißt, mit dem Malcolm machst du dir halt immer drei Schätze pro Zug, pro Kampfhase, kannst du ordentlich rampen. Den habe ich als Artisan-Deck gebaut und selbst als Artisan-Deck kann das halt schief angehustet werden und geht schon infinite. Also das ist definitiv auch sehr stark, aber da habe ich einfach irgendwie irgendwas in den Kopf gesetzt und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert, was halt manchmal so ist. Aber jetzt wäre es mal interessant, wie kann man eigentlich besser darin werden, herauszufinden, ob Decks funktionieren oder nicht? Weil wir wollen ja noch ein bisschen herausarbeiten, was man euch da mitgeben kann, wie man vielleicht solche Sachen in Zukunft vermeiden kann. Und der erste Punkt, das hilft auch meistens, wenn man einen Freund drüber schauen lässt, einfach eine genauere Analyse eines Decks, weil manchmal sind es auch relativ einfache Dinge, die haben wir auch schon teilweise angesprochen, die einfach fehlen im Deck, wie zum Beispiel die Mana-Bases einfach zu schlecht einfach, weil man sagt, man hat einfach da zu viele Tablinern drin oder man hat einfach zu wenig Basics drin, was vielleicht auch schon ein Problem sein kann. vielleicht magst du weitermachen, was dir dann noch einfällt. Naja, wenn man diese eigene Analyse macht, ist halt, wie viele Karten haben Kreuz-Synergien? Also, wenn eine Karte nur mit deinem Commander-Synergie hat oder auch mit anderen Karten im Deck. Und das Deck sollte ja auch ohne einen Commander funktionieren. Und deswegen will ich erst mal anzuschauen, hey, so wie viele Karten funktionieren ohne meinen Commander ineinander? und wenn es halt die Anzahl niedrig ist, dann hast du eine gute Chance, dass das Deck nicht funktionieren wird, weil wenn es ein Problem ist oder wenn es super stark ist, dann werden die Leute ja auch relativ schnell lernen, dir den Commander einfach nicht zu lassen. Und das ist jetzt halt keine Sache von, ich werde immer getargetet, sondern, naja, aber wenn dein Deck sonst nichts macht, was ist es ja, du gibst den Leuten ja den korrekten Spielzug. Du schenkst den ja quasi ohne diese Kreuz-Synergien. Ja, das stimmt. Da fällt mir tatsächlich auch ein Deck ein, das ist mein Lieblingsdeck, das ist Broody-Club. Das ist eigentlich das, das Combo-Stück ist in der Command-Zone drin im Prinzip und jeder weiß es. Und deswegen ist das auch ein Deck, was immer mehr Counter-Spells über die Zeit hinzugefügt bekommen hat, weil es einfach essentiell ist, dass der Commander liegen bleibt. Wenn nicht liegen bleibt, ist das quasi für ein Po. Ich habe auch mal ein Broody-Club-Deck gehabt, das ist sogar sehr gut funktioniert hat. Und genau, und das war Temur-Farben und hat Gimbal gespielt. Weil mir war es zu gefährlich, einen Broody-Club in der Command-Zone zu haben. Lieber habe ich BG gespielt, in grün eine Kreatur zu tutoren und rot und blau, um Broody-Club als Finisher zu verwenden, als Combo-Piece, anstatt Brüody-Club anzukündigen. Das hat viel besser funktioniert. Das wäre wahrscheinlich schlau, vielleicht soll ich das auch mal machen. Aber das ist genau der Punkt, wie sehr funktioniert eigentlich auch das Deck ohne den Commander, was vielleicht oftmals übersehen wird. Vor allem, wenn es ein Commander ist, der sehr cool ist, zum Beispiel, ich habe auch einen Commander gehabt, hier den Morph-Commander, Kadina glaube ich heißt er, oder sie. Und das Deck funktioniert, also Morph an sich ist eigentlich eine ziemlich schlechte Fähigkeit, ein Commander. Wenn der Commander aber liegt, ist das super. Ja, aber was ist, wenn der Commander nicht liegt? Dann ist das Deck halt irgendwie, keine Ahnung, nur noch 30 Prozent so gut wie vorher. Also Kadena ist eh so ein Sonderfall, der halt, man kann ein Kadena-Deck nicht so bauen, dass der Commander nicht das Zentrum ist. Ja, klar. Das gibt es bei manchen auch, aber das sind halt wirklich... Ja, genau. Da gibt es dann ein paar, was halt auch noch sein kann, wir haben es schon vorhin gehabt, Protection ist da genug dabei. Da hat man genug Removal dabei, wenn man sagt, okay, ich kann es da mein Zeug nicht irgendwie rechtzeitig machen und währenddessen haben sich die anderen aufgebaut, mir was weggenommen. Oder wie viele Karten, das hast du schon so angesprochen, synergietechnisch, nicht nur im Commander, sondern im Rest des Decks. Was auch ein Punkt ist, was viele vergessen, ist die Mana-Kurve akzeptabel. Also wenn ich nur vier, fünf Mana-Zauber spiele und sehr, sehr wenig im ein- bis drei-Mana-Bereich, dann mache ich bis Zug vier wahrscheinlich nicht viel. Das ist halt dann auch so, was man nicht vergessen darf. Und auch nicht vergessen, das frühe Agro kommt. Also wenn ihr als Ramp-Piece statt einem Rampant Growth, wie heißt es, Night of the White Orchid spielt in einem weißen Deck, das ist immer noch ein 2-2-1st-Striker-Body. Das ist wichtig. Und wenn jemand einen Monarch reinbringen sollte, seid ihr die Person, die ihr davon am meisten profitieren könnt, weil eure Keatur kommt ja früh. Und ihr könnt euch früh anfangen, ein Deck aufzubauen. Ihr könnt sogar selbst die Person sein, die den Monarch reinbringt. Also in Azorius, in Ungnade fallen, sehr coole Karte. Ja, nee, das stimmt. Das ist tatsächlich auch so frühe Kreaturen, die irgendwie auch blocken können. Das ist auch so ein Punkt, wenn man viel Lebenspunkte am Anfang verliert, wenn man gar nichts hat, was man ausspielen kann am Anfang. Oder hat man auch genug Card-Draw? Das ist bei mir so ein Thema, ich habe immer zu wenig Card-Draw, habe ich das Gefühl. Zumindest, wenn ich jetzt nicht Celestia spiele, mit Enchantress-Thema. Und das ist auch, was man nicht vergessen darf. Wenn man nicht genug Optionen hat, dann kann natürlich auch sein, dass einem da halt ein bisschen was ausgeht. Also diese Punkte würde ich auf jeden Fall analysieren im Deck. Fehlen euch Kernsynergien? Seid ihr ein Agro-Deck und habt kein Vigilance, dann was macht ihr? Vigilance ist die Agro-Mechanik Nummer 1 in Commander. Ja, das stimmt. Man muss sich irgendwie verteidigen können. Ein weiterer Punkt, der mir noch eingefallen ist, wenn man, also ich bin jemand eine Zeit lang gewesen, wo ich dachte, okay, ich baue mir jetzt ein Deck und das ist dann fertig gebaut und das will ich spielen. Habe mir an die Karten bestellt und habe dann gemerkt, oh, irgendwie funktioniert das Deck doch nicht so toll, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Und deswegen mehr Goldfishing. Goldfishing heißt im Prinzip, man hat eine Plattform der Wahl, also ich nutze in der Regel Moxfield, um meine Decks zu bauen und dann gibt es die Playtest-Möglichkeit und macht einen Trockentest. Also spielt mal sein Deck aus und bis Zug, weiß ich nicht, sieben, acht und neun und prüft mal, ob man damit schon viel erreichen kann oder ob man merkt, dass man in Zug 5 immer noch am Rampen ist und noch nichts gemacht hat, dann sollte man vielleicht nochmal das Deck nochmal von vorne bauen oder anders bauen, oder? Naja, Goldfishing ist auch so eine weirde Bellcurve-Sache von, wenn man wenig Erfahrung hat, macht man es nicht viel, wenn man so im mittleren Bereich ist, sollte man sehr viel machen und wenn man dann wieder sehr viel Erfahrung hat, dann macht man es wieder ganz wenig. Ja, stimmt. Das ist so eine, aber das liegt halt daran, weil man dann am Ende schon die Prinzipien dahinter gelernt hat und quasi so wie die Information aufgesammelt hat, dass man es dann besser abschätzen kann, tatsächlich, und man nur ein paar Mal Goldfischen muss und nicht so viel wie immer. Ja, genau. Aber man kann es halt zumindest mal testen und bevor man sich da in den ungerissen Stürz kann man da zumindest was rausfinden und ein letzter Punkt, der mir noch gekommen ist, das hatten wir tatsächlich eigentlich schon angesprochen so mehr oder weniger, das mit den Enchantress-Decks, wenn man die Erfahrungen mit den Decks schon gemacht hat, die sehr ähnlich sind, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich der nächste Versuch auch wieder scheitern wird, unabhängig jetzt davon, ob es jetzt daran liegt, dass das Deck nicht funktioniert oder es einfach einem keinen Spaß macht oder halt immer das Gleiche ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, man kann es probieren, aber man weiß zumindest schon mal, worauf man sich einlässt und ja, da kann man dann sich dann sagen, nee, ich glaube, ich brauche doch kein Enchantress-Deck bauen, ich habe jetzt schon zwei Mal probiert und irgendwie hat es immer gleich gespielt. Ja, also auch wenn ihr weniger Spaß habt, wenn ihr Staples reinhaut, dann haut es keine Staples mehr rein. Wenn es euch mehr Spaß macht, ohne die zu spielen, oder ihr das damals besser fandet, als ihr die Karte nur nett habt, dann haut das wieder raus. Staples verkaufen sich. Ja, das stimmt. Oder haben einen großen Tauschwert. Ja, stimmt. Zum Beispiel, wenn man LGS viel unterwegs ist, dann findet sich immer mal jemand, der irgendwie kann, dabei hat zum Tauschen. Ja, sehr cool. Fällt dir noch irgendwas spontan ein, wie man noch besser werden kann? Oder haben wir das gut umrissen? Zum Deckbau. Das ist mit dem Aushöhnen. Ich würde es einfach noch mal betonen. Euer Commander ist nicht euer Deck. Also, euer Commander ist, hat einen, ich sag mal, der hat einen Stellenwert von 30%. Und wenn man über 50% geht in der eigenen Berechnung, dann gibt mein Gegner immer die richtige Runde, ihn zu entfernen. Ja, das stimmt. Ja, sehr cool. Dann sind wir so thematisch fast durch. Ich würde jetzt euch noch bitten, falls ihr irgendwelche eigene Commander-Decks habt, die irgendwie nicht funktioniert haben oder ihr eigene Tipps habt vor allem, wie man das vielleicht besser machen kann, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare in YouTube oder in Spotify über die Mobile-Apps. Da kann man auch kommentieren. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Endphase. Ich habe noch ein paar Kommentare bekommen und ich fand es eigentlich sehr passend, mit Freddy drüber zu sprechen. Ja, gut. Denn es sind auch sehr spannende Geschichten. Und zwar zur 58. Malanzugsfolge Universes Beyond Fluch oder Siegen mit Patrick aka Shinies Command schreibt über Spotify, Patrick und PC. Ursprünglich stand ich dem sehr kritisch gegenüber. Die Umsetzung der bisherigen Universes Beyond-Sets fand ich aber genial, sodass ich mich zukünftig sogar darauf freue. Ja, wollte ich fragen, wie siehst du das mit dem Universes Beyond? Ich bin ja da ziemlich zwiegespalten, weil ich bin nämlich gefühlt einer der wenigen Leute, die das Herr der Ringe-Setman mochten. Okay. Also ich bin aber großer Fan von den Decks. Also ich bin großer Fan von den... Ich glaube, einer der großen Gründe war halt, weswegen ich so lange negativ eingestellt war, war halt, ich glaube, bis heute ist mit eines der schlechtesten Universes Beyond-Produkte das Walking Dead-Produkt. Die haben einfach mit einem sehr schlechten Fuß nach vorne gestartet, würde ich jetzt da mal behaupten. Aber mittlerweile, ich mag, wie die Innistrad... Ich glaube, fast alles aus Universes Beyond kommt aus Innistrad mittlerweile. Wenn es in Magic eingestellt wird, oder? Die ganzen Stranger-Things-Karten, die Negan, die Walking Dead-Karten sind auch alle aus Innistrad. Jetzt hat er in der Welt angesiedelt. Naja. Bis darauf, glaube ich, die, wie heißt denn noch, von Street Fighter, da waren die nicht in Carpenter drin? Ich weiß gar nicht genau. Ja, genau. Auf jeden Fall, die finde ich bis jetzt auch ganz cool. Ich habe auch mehr der Deck Commander aus Universes Beyond schon gebaut. Und ich bin immer, ich bin relativ zufrieden mit den Decks und ich war auch mit dem Street Fighter-Produkt zufrieden. Ich mag aber trotzdem die Sets nicht. Und ich glaube, mit den Herr-der-Ringe-Sets ist, weswegen ich so dagegen bin, ist nett tatsächlich wegen der IP Herr der Ringe. Oder, na gut, das Drafts-Format habe ich echt nett gemacht. Aber der größte Grund ist, dass ein Set so unausweichlich ist. und ich wollte mich einfach nicht mit Herr der Ringe beschäftigen. Die IP hat es mir nicht schmackhaft genug gemacht, dass ich mich damit weiter beschäftigen wollte. Und im Gegensatz zu Doctor Who, was ja jetzt hat viele Leute so, oh, es sind ein paar coole Karten genommen, ich habe sie genommen. Displays, Dinosaur, es kann überall rein, wenn man es möchte. Das ist ja okay. Das war one and done. Aber ein Set ist einfach quasi kaum unausweichlich gewesen. Und das war, habe ich halt extrem viel gemerkt, dass mir das tatsächlich ein bisschen die Lust genommen hat. Und ich denke, es wird es auch zukünftig machen. Ich glaube, ein Set ist einfach kein gutes Release für Leute wie mich, die sich ja trotzdem hobbymäßig extrem dafür beschäftigen. Und ja, ich musste ja trotzdem extrem viel über Herr der Ringe reden. Ich finde, ich kann bis heute. Ich meine, was ich möchte, ja, kann ich verstehen. Ja, ich finde, die eine Analogie, ich habe es jetzt in der letzten Podcast-Folge gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, vielleicht hast du es nicht gehört. Josh Lee Quai von Commandstone hat einen ziemlich coolen Vergleich gebracht. Und zwar, früher war Magic, das in dieser Analogie eben dieses Konsolenspiel, also es war halt dieses eigene IP, es war das eben dieses Spiel. Und jetzt mit diesem Universe Beyond hat sich langsam Magic, The Gathering zur Konsole selbst entwickelt. Und die Spiele, die man spielen kann, kann man sich halt dann eben reinlegen. Man möchte jetzt Doctor Who spielen, ist das eine Konsolenspiel, dann kommt als nächstes Marvel, dann kommt was auch immer. Und ich fand die Analogie eigentlich ganz gut. Und ja, ich bin ein großer Fan von Universe Beyond. Ich habe vorhin schon gemeint, dass ich bin The Walking Dead Fan, das hat es dann für mich gut angefangen im Vergleich. Wobei ich glaube, da war die Kontroverse eher nicht unbedingt das. Wir wollen es nicht reprinten, war glaube ich der Auslöser. Das war so ein bisschen der große Shitstorm, der dann gekommen ist danach, aber das haben sie am Ende dann ja auch revidiert und es gab ja jetzt schon den Reprint in Universes Within. Ja, ich finde es immer spannend, immer verschiedene Meinungen zu hören, was Leute so darüber denken. Und ich bin halt jemand, die ganzen Universe Beyonds, die jetzt so gekommen sind, bis auf Herr der Ringe, haben mich jetzt kalt gelassen. Und bis jetzt habe ich auch noch keins gehört, bis auf Marvel, was mich wirklich hyped. Also Marvel, ich bin halt ein großer Marvel-Fan, ich habe alle MCU-Filme auf Blu-Ray gesammelt, sozusagen, weil ich so ein Fan bin. Sieht man hinter mir die Wand mit Warhammer-Figuren, die ganzen, die ich noch nicht gemalt habe. Hey, ich kann einfach nebenher lang, es ist glaube ich eine der größten IPs, die ich war. Ja, das fand ich perfekt dann. Das war dann für dich ein Homerun, würde ich fast sagen, oder? Die Decks waren ein Homerun. Und ich finde auch die Doctor-Who-Decks sind ein Homerun. Ich mag einfach Set nicht als Release-Schedule dafür. Ja, okay. Ja, sehr coole Geschichte. Dann zur 63. Wanderzugsfolge Magic Jahres 2024-Jahres-Vorschau schreibt Rexy über Spotify, es ist nicht schwierig bei Spotify Kommentare zu schreiben, ich bin zwölf Jahre alt und ich feiere dich. Pin, please. Ja, also ihr habt es ja gehört, das Kommentieren über Spotify ist nicht schwer, das kriegt man auch mit zwölf hin, das heißt alle anderen, die zuhören und ich weiß zufällig über die Spotify- Statistiken, dass die meisten so zwischen, ich glaube, 30 und 35 ist jetzt, so schwer ist das nicht, macht es einfach. Und dann kommen wir noch zur 63. Folge und das war die Magic-Jahres-Vorschau, glaube ich, oder ich habe schon da fast alles vergessen. Und bei Instagram hat Commander Mastermind geschrieben, bin mega auf Modern Horizons 3 gespannt und denke, dass ich entgegen meiner Maxime nur Singles zu kaufen mal ein oder zwei Displays ziehe. Ja, Freddy, wie stehst du zu Modern Horizons 3? Modern Horizons hat mich aus Modern rausgebracht. Oh, also nicht so gut? Nein. Ich bin, ich finde, es ist gut, wenn, man gibt quasi einen Blankoscheck zu Powercreepen mit den Modern Horizons Sets und die, so gut die Karten sind, so stark die Karten sind, so interessant die Karten sind, die Probleme damit werden immer erst auf langen Weg bekannt. Also, wir hatten jetzt ja gerade ewig langes Problem mit dem Rakdos Scam Deck und dass die ganzen Elementare so unglaublich mächtig sind in Modern. Ne gut, was mich tatsächlich rausgebracht hat, ist, dass mir mein Side Deck damals gestohlen worden ist auf einem Event, auf einem Modern Event und ich dann einfach wirklich keinen Bock mehr hatte für eine Zeit. Aber ich habe auch da dann keine Motivation mehr gefunden anzufangen und einen Grund dafür wahrnehmen, die Elementare. Es war dieser Blankoscheck zum Powercreep. Die Kartendesigns, die ich damals cool gefunden habe, also auch Sosie Chatterfang hat halt auch trotzdem auch Infinites gehabt und das mit der Zeit wird das dann weiter verbreitet und dann wirst du auch so behandelt, als würdest du die Infinites spielen, weil die sind ja bekannt mittlerweile wie Pitilis Plunderer. Ja, das stimmt. Und ich habe jedes Modern Horizons Set, so gern ich sie am Anfang mochte, haben so einen Schweif, der irgendwann mich halt eher negativ an die denken lässt. Und das ist mir jetzt zweimal passiert und ich weiß nicht, ob das anders sein wird diesmal. Ich hoffe es, ich kann nur hoffen, aber Snow in Modern Horizons 1 war ein Riesenproblem. in Modern Horizons 2 die elementare Raghavan-Merk-Tide-Achse für Tempo-Decks und ich hoffe halt einfach jetzt, dass jetzt nichts sowas drin ist, aber bin ich optimistisch, nicht wirklich. Also wahrscheinlich, also meine persönliche Meinung dazu ist, Power verkauft sich halt auch gut, also wenn sie jetzt wirklich da, also sehr, sehr starke Karten, die wieder over the top sind, also nochmal die Power-Toppen von Modern Horizons 2, dann werden die sich gut verkaufen, das denke ich schon und ich bin tatsächlich jemand so, also ich spiele ja keinen Tunnel-Firmat, ich spiele ja nur Commander, deswegen ist es für mich so, ich freue mich auf neue krasse Karten, die ich mal testen kann, mal schauen, wie es wird. Bin da tatsächlich sehr gehypt für das Set, aber ja, ich kann es verstehen, wenn man da eigentlich nicht so viel Lust drauf hat. Das ist ja so wie eine Art Soft-Rotation für Modern-Achse-Sets gewesen. Genau, das sind solche Soft-Rotation-Sets und das tut mir schon, also ich habe wieder Yu-Gi-Oh! angefangen und einer der Gründe dafür ist, weil mir ein Constructed 1v1-Format fehlt und das, was ich vorher gespielt habe, fühle ich so, als hätte ich keine, als würde ich immer was hinterherjagen, statt mal was fertig zu haben und man muss halt sagen, Yu-Gi-Oh! hat eine sehr gute Reprint-Policy und es hat mir jetzt den Einstieg dadurch, gut, die Regeln sind endlos komplex, also ich habe keinen Bock darauf hinzugehen, es ist halt wirklich ein 3-4-Züge-Spiel. Okay. Aber es passiert halt so viel in denen, 3-4-Züge. Das, dass mir das fehlt in Magic und ich habe auch, ich bin auch deswegen ganz schein mit Pioneer, weil wir haben es modern schon mal ruiniert, die Sets. und deswegen möchte ich in Pioneer investieren, weil ich habe Angst, dass die irgendwann eine Pioneer-Masters machen. Kann alles passieren, ja. Wobei, ja, also ich verstehe die Bedenken, ich kann das gut verstehen, wenn man vor allem in diesen Formaten investiert ist, aber ja, bei mir ist es so, ich freue mich auf krasse Karten und wenn sie mich nicht abholen, also beispielsweise Dictate of Erebus wie vorhin, dann würde ich sagen, ja, ich spiele sie einfach nicht, weil sie mich dann einfach, das Spielpattern mich nicht interessiert. Bei Turnierformaten ist man da leider nicht so, ja, wenn das das beste Deck ist, dann ist es natürlich blöd, wenn man auf die besten Karten verzichtet einfach, ne. Genau. Ja. Und als letztes hat noch Patrick oder Shinis Command über Instagram noch geschrieben, alleine von deinem Bild fühlt mir ganz schwindelig. Jetzt wirst du nicht wissen, was für ein Bild das ist. Das ist ja das Thumbnail von meinem Video und ich habe alle Sets quasi reingepackt mit Logo und ich glaube, es war um die 10 oder so. Warte mal, wenn nicht mal ganz kurz, bleib mal in dem Dokument drin und ich paste dir eben mal das Thumbnail gleich rein, damit du dann so ein bisschen eine Idee hast, warum Patrick das meinte. Aber es war auf jeden Fall eine Kunst, da alles aufs Thumbnail draufzubekommen, wenn ich ehrlich bin, weil es doch schon relativ viel dabei war. Sekunde. Ja, ich muss ein bisschen runterscrollen, da habe ich das Bild. vieles jetzt, also roughen. Oh, dann sprichst du es doch schön reinschrumpfen. Oh, ja, ja. Ja, ich musste schon ordentlich schrumpfen, damit alles aufs Thumbnail draufpasst, ja. Aber das waren alle Sets, die wir durchgegangen sind, von denen wir wissen, dass die kommen, aber ich glaube trotzdem, dass irgendwie noch eins hätte noch nicht angekündigt wurde, dass noch nach, drecklich noch reingepflanscht wird. So war es zumindest letztes Jahr bei Commander Masters, also das war auch nicht bekannt, also die Jahresvorschau für letztes Jahr gemacht hatte, dann kam noch so, oh, es kommt noch ein Premium-Set zwischendurch raus. Ich so, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, also, so schön, dich widmen wir gar nicht. Nö, aber es ist schon viel. Also, es ist viel. Wobei, Ravnica Clue Edition ist doch eigentlich ein, tatsächlich ein Cluedo-Set, oder? Ne, das ist, das ist witzig, das ist Ravnica Clue Edition, das ist ein Jumpstart-Spiel, mehr oder weniger. Also, du hast quasi acht Booster in so einer Art Bundlebox drin und das ist ein Jumpstart-Booster quasi, oder Clue-Booster, sagt man da, und jeder mischt dann, also das ist ein Vierspieler-Multiplayer-Spieler, jeder Spieler mischt zwei dieser Booster zusammen und spielt halt einfach Multiplayer-Jumpstart und es gibt aber noch eine Alternate-Win-Condition, also quasi, es geht eigentlich darum, diese Shockland zu erspielen, nach dem Motto, und der Gewinner bekommt das Shockland und Gewinner ist man, wenn man als letztes übrig bleibt, oder wenn man irgendwie den Mörder findet, frag mich nicht, wie das gehen soll, das kommt wahrscheinlich noch raus, und dann hat man eben das Spiel gewonnen und diese Cluedition ist halt dann ein Release, das kommt Ende Februar oder so, deswegen, ich hab's mir jetzt mal bestellt, weil ich will's einfach mal testen, es hat sich irgendwie lustig angehört, ich weiß auch nicht. Joaah! Ich bin verwirrt. Ja, und es gibt dann noch Universe's Beyond-Karten aus Clued. Spiel wieder mit Ante? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Es hört sich lustig an, es hört sich vor allem auch an, dass man's wieder Spielwert hat, also dass man das auch zusammenlassen könnte einfach, deswegen roll ich's mal testen. Okay. Okay, jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Du, erstmal vielen lieben Dank, Freddy, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, heute hier Gast zu sein, hat mich sehr gefreut. Und jetzt sag doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen und beziehungsweise Zuschauern und Zuschauerinnen, wo kann man dich denn finden und wo kann man denn den Commander Kompass finden? Also, Commander, uns könnt ihr finden auf Twitter unter edh-kompass. Wir haben Instagram unter Commander Kompass. Außerdem, der Podcast auf Spotify geht immer stark. Einfach Commander Kompass eingeben wir mit K. Und dann haben wir noch den Discord von uns und natürlich auf YouTube. Commander Kompass. Wir sind gerade so ein bisschen in der Unstrukturierung, weil einer unserer Hosts relativ wenig Zeit hat aus diversen Gründen und deswegen suchen wir quasi einen Dritten, der viel einspringen kann, der ein bisschen Permanenz hat. Mehr machen die, ich weiß nicht, ob das bis dahin rauskommt oder bis Ende Januar Calls. Ihr könnt irgendwie bewerben. Ja, also, gute, gute Sache. Also, wenn ihr Interesse dabei habt, also, die Folge sollte rauskommen nächste Woche, ich vermute so am 18. oder so. Ja, nee, am 19. Januar. Das heißt, ich glaube, bis 30. Januar nehmt ihr noch Bewerbungen an, oder? Genau. Dann schauen wir uns mal die ganzen Bewerbungsvideos an und kontaktieren euch, wenn wir finden, wie ihr euch gut ins Gefüge passen und dann, genau, können wir mal was aufnehmen. Ja, also, hier nochmal ein Shoutout für euch. Also, wenn ihr Interesse habt, Co-Host vom Commander Kompass zu werden, dann meldet euch bei Freddy unter den genannten. Ich habe alle Links, auch alles schreibe ich in die Videobeschreibung rein, in die Shownotes. dann habt ihr auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Jawohl. Ja, genau, das wäre es dann auch schon, glaube ich. Sehr schön. Wichtig ist halt einfach, schaut es mal bei Spotify vorbei. Jawohl, sehr schön. Und, ja, also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank, dass du heute Gast warst hier. Freddy, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wir haben das ja schon lang geplant. Lang geplant, ja, schon letztes Jahr schon geplant, genau. Und, ja, bestimmt wirst du auch mal wieder, gerne kommen, oder bist du gerne eingeladen, wieder zu kommen. Natürlich. Und, ja, dann bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Commander-Spiel. Adieu. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.